heute was geht ab hier ist samuel und ich und heute machen wir versteck wie in einem versteckten spiel mit spiky wo sich versteckt und wir probieren jetzt dabei wir werfen jetzt und wir verstecken uns und dann bis uns findet ist das video vorbei also es könnte auch lange dauern wo lauft er hin zu meinen waldhof oder aber spiky du kannst mir messen hinterher also okay also wir wir werfen jetzt das teil sagen wir mal das teil okay und jetzt werfen wir das irgendwo an und das bei gibt es hinterher rennen und während dem thema dumm ist verstecker okay und jetzt auf also wir haben ich hoffe dass er es nicht findet weil das ist echt krass jetzt er hat uns jetzt noch mal eine runde machen hat er dabei hat er dabei wirklich du hast ihn doch irgendwo in den bock irgendwo im bomb hall hat er hast du ihn doch hin geschleudert da kann er doch du hast ihn doch da irgendwo hin geschleudert hat er hat er dann ich komme und duschen da in den ball dahinten dreh ich nicht vorwärmen wo ist er dass er Okay, also wir machen jetzt nochmal ein Verstückvideo, oder? Oder sollen wir noch eine Runde spielen? Gib mir halt den Ball nicht. Ey Spikey, Ball! Gib Ball! Aus! Spikey! Spikey! Schau! 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 Du kannst rufen, ich nehme mal rufen! Okay, wir füttern erst jetzt, dass er abgelenkt ist. Und dann? Jetzt haben wir den Ball. Jetzt ist er runter geblitscht. Okay. Spikey! Wofür stecken wir uns? Mit diesem Ball jetzt da her. Und du rufst mir dann einfach schnell hinterher. Okay, okay. Okay, warte, wir mussten das filmen, oder wie immer wieder. Wirf, wirf! Ah, film! Oh, scheiße! Egal, ist so schnell! Komm schnell! So gut! So gut, so gut! So gut! So gut! Oh, das ist so schnell so leise! Das ist bei Kinkangurte, das finde! Warte! Warte, ich schau um die Ecke! Oh! 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 Tschüss! Sollen wir nochmal? Okay! Okay! Wir machen jetzt bald nochmal ein Video! Folgt? Zwei Stunden! Na, was für zwei Stunden? Eine Stunde! Keine Ahnung! Irgendwann machen wir wieder ein Video hüt! Und das war's Leute! Wir sehen uns bald im nächsten Video! Wuhuuu! Das war's! Oh, das war's!